Jetzt ist langsam aber gut. So viel Glück vertrage ich nicht. Hat gerne noch die zweite Granate geworfen. 10, 3, 8. Schlecht. So, da sind sie also tatsächlich. Okay, der hat was abbekommen. Frage ist von wo. Jetzt haben sie mich von hinten in die Zange genommen, diese Blödländer. Okay. Mist. Scheibenfester. Man, wissen wir jetzt, wo sie sind. Dieser Farmers. Ärgert mich das schon. Ich muss mit dem MG hinter mir losvollern. Ich freue mich, wenn kein Kibner zu sehen ist. Auf mir nicht so verschitten durchs Bild, ey. 31. Wow. Also, dass sie echt 31 Kills haben. Teilweise ist echt sehr entweder beeindruckend oder beschämend für das Programm, weil es die Hexen nicht erkennt. Jetzt würde ich hier noch gerne mal wissen, was der geschrieben hat. Was ist mir eigentlich, wo ich zu Hause raus. Neues Spiel. Konvoi. Was ein Zufall. Oh mein. Zum schnellen Waschen. Manchmal kann ich es schon verstehen, dass man da Sachen umstellt. Dass man vielleicht eine andere Nahkampfwaffe braucht. Also, Nahkampfwaffe in dem Sinne. O.C. Also, ja. Oder, dass man ein anderes Gewehr will, weil größere Distanzen sind ein paar zwei. Das ist ein guter Beispiel dafür. Ich nehme mal die. Oh. Das ist natürlich jetzt genial, ey. What? What? So geht's. Natürlich jetzt eine echte Idee, wenn ich hier angestellt habe. Ah, die Gala. 2-1-2. Ja gut. Die Assist kriege ich schon noch dazu. Okay. Jetzt muss ich mir entweder, entweder muss ich hier weiterspielen oder ich muss mir irgendwo Waffen klauen. Hupen, hupen, hupen. Mehr Deckung. Nein. Ist doch unglaublich. Genau da explodiert eine Granate. Ich natürlich blind und kann nichts sehen. Ich bin nicht blind und kann nichts sehen. Hat er mich erwischt? Ja, ist sogar erwischt. Ich weiß nicht, wenn die von da oben runter springen würden. Ich bin nicht blind und kann nichts sehen. Ich bin blind und kann nichts sehen. Drei, sechs, drei. Genau. Das ist gut. Okay. Kann man mitleben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass ich jetzt mit... Obwohl, einen Sniper habe ich ja auch noch. Also theoretisch... Also theoretisch... Neee, ich habe die ganze Zeit drauf gehalten. So hat er mich gar nicht verloren. Habe ich echt durch die Brücke geschlossen. Ich hätte mal ein bisschen besser aufpassen können. Dann. Was ist der? DSG-1. Ach, meine. Andere Sniper, die die da vorhin anhat. Ich glaube, es berühmt das Ding. Verdammt. Jetzt kommt schon. Das ist doch echt ein, ja. Der kann mit der PSG 1 da so lange stehen. Da gibt es auch noch meine Waffe. Der rät sich nicht da runter. Ich weiß nicht, ich habe auf die falsche Seite keinen Truck geguckt. Diese kann man auch immer gerne. Verdammt. Das ist doch nicht... Du kannst dich da nur auf eine Sache konzentrieren. Verdammt. 4, 8, 7. Was ist denn das? Ich habe wieder S auf. Was ist denn das? Ich bin da. Ihr chords. Das ist doch. Alles klar, ich muss... Ah, es ist rauf, glaube ich. Ich muss langsam mal an den Karren rangehen. Ja, ja, aha. Ich schieb die noch vorwärts. Jetzt habe ich ein Problem. Sonst kann ich hier nämlich nichts mehr machen. Vielleicht kommt der da vielleicht noch. Das ist mir immer noch ein bisschen komisch. Es ist aufgeregt. Okay, ich will nicht deinen Kollegen blocken. Okay, der wurde nicht abgebracht. Sehr interessant. Hm, 19. Alles klar. Mist. Das juckt auch noch in meiner Nase. Das ist echt... Echt übel. Meine Nase. Nein, nein, meine Nase. Wow. Das ist gerade echt schlimm. Ich weiß nicht warum. Mal machen die das schon. Nein. 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 Ja. zurück bis zum das ist ist geht jetzt hier schluss ich Nein, 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 schieß ihn auf, schieß ihn auf, schieß ihn auf. Nein, ich habe zu spät abgedrückt. Ja, das ist doch ein Müll. Man darf sich natürlich nicht an die Wand stellen. So kleine Fehler macht man dann. Versuch's mal oben. Theoretisch müssen wir ja schon da. Ich denke mal, der hat den. Nein. So. Ein bisschen spät, okay. Oh ja, wir haben schon Gold verloren, das ist unglaublich. So viel dürfen wir echt nicht verlieren. Nee. So, ich will noch nicht. Was zum... Boah, der hat den jetzt geplündert. Repeat.